Was? Was? Was ist denn los? Oh Mann, ich hatte gerade einen verrückten Traum. Ich habe geträumt, dass wir mit Dad in einem Flugzeug waren. Und wir gerieten in ein Unwetter. Dann sind wir ins Meer gestürzt. Und dann kamen wir irgendwie auf diese Insel, die von Menschen und Dinosauriern bewohnt war. Und die Dinosaurier sprachen unsere Sprache. Natürlich spreche ich eure Sprache. Ich bin Franzose. Bonjour, mon ami. Es war total abgefahren. Du warst Pilot. Du bist mit diesen Flugdinosauriern geflogen. Und ich habe mich um einen kleinen Babydinosaurier gekümmert. Oh Mann. Oh Mann, Oswald, Ingers. Oh Mann, Oswald, Ingers. Oh Mann, Oswald, Ingers. Oh Mann, Oswald, Ingers. No, no! Doh! ARD Text im Auftrag von Funk